Hallo zusammen! Und zurück zu einer neuen Folge von Disney's Dreamlight Valley. So, wir gehen mal ganz kurz nach Dagobert. Da will ich gucken, was der so schönes im Angebot hat. Die blaue Kiste werde ich dann noch suchen. Und wir werden noch einige Aufgaben machen. Ich muss auch noch ein paar Charaktere hochleveln. Wie gesagt, kann man noch nicht so viel kaufen. Aber wenn was Wichtiges dabei ist, hole ich mir das. Was ich wirklich unbedingt sofort haben will. So wie dieser Ast. Ich will wie kein Ast. Aber der passt gut auf die sönnige Ebene später bei König der Löwen. Ich weiß, ob der nochmal wiederkommt. Den hole ich mir einfach jetzt mal. Ja, sonst... Das haben wir sogar schon, ja. Außer vielleicht nochmal die Blumen für 600. Komm. Die ist nice. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Aufgaben. Was wir als nächstes machen. Aber wie gesagt, muss ich auch noch ein bisschen abarbeiten. Deswegen. Ringe gerichtet mit 5 Sternen zu Merlin, Micky, Dagobert, Duck und Goofy. Ich glaube, dann werde ich erst erst das machen. Wohl. Wohl. Ich muss mir auch bald... Warte mal. Ja, um Wally kümmert, dass wir seinen Garten bekommen. Und somit auch dort ernten können. Ich bin mir überlegen, erst mal Wally zu machen. Ja, komm, wir mal erst mal Wally. Wir gehen mal Wally suchen. So, wo ist er denn, der Gute? Dann kümmern wir uns erst mal darum, dass wir den bald seinen Garten bekommen, vielleicht. So, wo ist er denn? Der unten. Gut. Gehen wir nach Wally. Und am Ende der Folge werde ich natürlich wieder ernten zum Verkaufen. Da ist Wally. Ariel will ich auch noch leveln. Wally. Garten, genau. Oh, oh. Willst du mir etwas zeigen? Geh voran, Wally. Wally. Ich liebe, mit Wally zu reden. Das sind nicht so lange Texte. So. Tada, Erde. Du willst diesen alten Dreckhaufen als Garten benutzen? Aufgabe. Das können wir. Aber wir müssen zuvor eine Menge Ausrüstung besorgen. Wir brauchen Saatgut, Erdsäcke und ein Spalier. Okay. Gut, machen wir. Warte mal, wir müssen eigentlich noch alles leveln. Ich will mal ganz kurz nach Charaktere gucken. Also Ariel muss ich noch ein paar Blumen geben, dann kriege ich sie wahrscheinlich auch auf 10. So, Christ, ihn müssen wir mit Bergbau, ja. Gartenarbeit kriegen wir ja sowieso schnell hin. Skar, Wörfelbergbau. Stitch haben wir auch für die Gartenarbeit. Mit Donald noch Angeln. Aber ich warte bis zum nächsten Sternenpfad. Weil dann müssen wir sowieso wieder Angelaufgaben und sowas machen. Dann können wir auch die Charaktere mitnehmen. Ja. Okay, Gartenarbeit. Ja, sie level ich mit Blumen, weil es dauert mir zu lange mit dem Graben und ihnen genauso. Das mache ich nicht gerne. Vajana haben wir noch fürs Angeln. Okay. Ja. Kriegen wir hin. So. Zuckerrohr-Sam und Weizen-Sam. Weizen-Sam fünfmal. Gibt's hier. Und Zuckerrohr gab's am Strand. So. Fünfmal. Danke, Guffi. Ich lasse doch gerne mein Geld bei euch. So. Gehen wir mal zum Strand. Holen Zuckerrohr-Samen. Dann stellen wir ein Spalier her. Und Jutesäcke. Hoffentlich haben wir die ganzen Zutaten. Christoph muss ich auch bald mal machen, dass wir seinen Stand bekommen. Vajana fürs Boot. Ja. Für viel zu tun. Wie Merlin immer sagt. Viel zu tun. Und aufräumen muss ich mein Wäldi auch machen. Das mache ich immer gerne im Off, weil das sprengt das Video einfach. Aber ihr kennt mich. Ich mag es nicht unaufgeräumt. So. Fünfmal. Danke. So. Dann muss ich den Garten auch noch hochleveln. Aber es kostet einen Haufen. Das heißt, da werde ich noch ein bisschen mit Geld sparen. Weil es hochleveln kostet. Und ihr kennt Dagobert. Der ist nicht sehr billig. So. Stell Spalier her. Einmal. Und Jutesäcke dreimal. Okay. Spalier. Einmal. Haben wir sogar alles für? Und Jutesäcke. Das brauchen wir. Faser 20. Oh Gott. Hilfe. Da müssen wir viel Faser herstellen. Machen wir mal so. Reicht das? Hoffe ich. Ich brauche nicht unbedingt auch... Drei Mal, ne? Ja. Dann reicht's. So. Bringe Walli die Gegenstände. Ähm. Ich muss nicht unbedingt noch viel Material haben. Wo ist er denn, der Walli? Wo ist er denn, der Walli? Ich bräuchte deine Hilfe. Ich suche mir kurz ein paar Blumen, weil das Ariel gerade... Dass ich ein paar in die Hand drücken kann. Tja. Ist er noch da? Hoffe ich. Ja. Ja, jetzt ist er nicht mehr da. Was ist denn jetzt hin? Doch. Ist noch da. Oh, hallo. So. Ähm. Ich habe etwas für dich. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt zu viel gesammelt habe, aber... Immerhin kriegen wir auch so auf 10. Das ist sehr gut. Ich habe etwas für dich. Ja. Gut. Ich habe ein paar zu viel gesammelt. Ist egal. So. So. Wo ist Walli? Äh. Wo ist er denn? Der kleine Roboter. Da unten. So. Da muss ich eigentlich da oben noch gießen bei, ähm... Ja. Da muss ich noch gießen gehen. Machen wir es auch gleich mal. Da wird jetzt wahrscheinlich diese Folge nicht mehr wachsen. Aber gut. So. 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 Hast du alles, was du für deinen Garten brauchst, Walli? Tada. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was du damit machst. Hui. Und fertig ist er. Perfekt. Walli kümmert sich jetzt um seinen eigenen Garten. Schau regelmäßig im Garten vorbei, um die Pflanzen zu ernten. Verbessere den Garten, um seine Kapazität und Leistung zu verbessern. Perfekt. So. Haben wir die Aufgabe auch schon mal abgeschlossen? So. Was haben wir hier? So. So. Äh. Aufgaben. Dann kümmern wir uns jetzt darum. Glaube ich. Oder? Oder Vajana. Dann haben wir das Boot auch gleich. Ja, komm. Wir nehmen erst Vajana. Dann haben wir ihr Boot auch gleich. Dann müssen wir wieder ein bisschen was herstellen. Wir müssen doch angeln gehen. Ich brauche, äh. So, wir gehen mal kurz zu oben gießen. Ich glaube, wir schnappen uns Tonhalt und gehen doch ein bisschen nach Fasern angeln. So. Oh. Falscher, äh. Falscher, äh. Brunnen. Weil, ähm. Wir brauchen Faser. Aber wir brauchen dafür auch Seile. Das heißt doch wieder... Ja. Mal gucken. Schnappen wir uns Tonhalt und gehen doch mal ein bisschen angeln. Wo ist er denn? Da, am Hauptplatz. So. Wo ist er denn? Mal ganz kurz. Tonhalt, warte mal. Ähm. Lass uns abhauen. Warte mal, wie viel haben wir denn noch zu essen im Inventar, wenn wir jetzt angeln gehen? Ja doch, haben wir doch ein bisschen. Wird reichen. Nur ein bisschen Faser zu angeln, sowas. Ein bisschen zu leveln. Ja. Machen wir den mal hier. So. Bei Faser immer ohne der Blase angeln, dann gibt es öfter mal Faser. Äh, nicht Faser. Ähm, Algen. Die wir für Faser brauchen. Genau. Oder eben irgendeinen Fisch. Aber, auch manchmal Faser. Äh, Faser. Was sag ich mit Faser? Äh, Eigen. Genau. So. Ich will mein Haus bald aufleveln. So. Die Fische, die wir uns jetzt alle ergattern, werden wir mal verkaufen. Haben wir mal ein bisschen was. Wir kriegen ja Fische, wenn wir später Vajanas Boot haben. Können wir täglich ja Fische holen. Und zwar ein paar Mal. Vor allem erst mal das Geld. Und ich brauche Eigen. Donald. Donald. Danke. Und eine Erinnerung. Nehmen wir uns auch mal kurz mit. Schuldige Vajana. Von die Eiskönigin. Ich bin Vajanas Boot kann ich ja auch noch nicht verbessern. Wie gesagt, kostet ja alles eine Menge. Mein Haus muss ich noch verbessern, war noch viel zu tun. Und dann kannst du die Kleinigkeit essen. Und dann kannst du die Kleinigkeit essen. Wie kriegen wir Donald auch ein bisschen gelevelt. Ein perfekter Tag zum Segeln. Aus den roten Eigen, die ab und zu rauskommen, kann man auch Eigen machen. Normaler Eigen. Danke, Donald. Ich glaube, die Küste haben wir auch noch gar nicht gefunden und gesucht. Aber, äh, ja. Vielleicht finde ich sie bei meinem Rundgang irgendwo. Ich hatte keine Vorstellung, wie weit ich komme. Freut ihr euch eigentlich schon aufs Update? Ich nehme jetzt gerade am 1. Oktober auf. Und ich glaube mal, dass wir nächste Woche, so um 9. rum, das Update bekommen. Und ich glaube, das nächste Mal. Ja, wir machen jetzt noch auf Level 9. Solange wir immer angeln. So, wie jetzt? Ja, wir haben ja ein paar Eigen. So, Donald. So. So, ist gut. Wir wollen mal eine Kleinigkeit essen. So, die Fische behalten wir zum Verkauf. Kriegen wir immer bei Vajana. Wir brauchen nicht unbedingt erst mal das Geld. Dringend. Dringend. So. Genau. Tja. Dann stelle ich jetzt mal rustikale Holzkiste, Körbe. Also rustikale Holzkiste und Körbe dreimal. Rustikale Holzkiste. Die kann ich auf jeden Fall schon mal dreimal herstellen. Und Körbe. Die kann ich nur nicht erst schnell das Bräuter zu. Faser. Braucht ein bisschen Faser. Okay. Ich stelle mir kurz zehn hier. Zwei kann ich herstellen, aber ich muss noch mal kurz Faser herstellen. Moment. So. Wie bräuchte ich denn? Noch. Sechs. Ah gut, muss ich doch zehn wieder? Okay. Wie will. Und jetzt noch Seil. War viermal, ne? Braucht mehr Eigen. Das heißt, ich brauche mal vier Eigen, Angel. Wie viele haben wir denn von Rot und Sieben nur? Gut. Dreimal kann ich nur. So. Triff war gerne am kaputten Boot. Gut, wir kriegen auch mal Variane ab und zu Eigen, sowas, wenn wir das Boot immer leer räumen. Bitte, Variane. Hey. Nadine, das ist perfekt. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich werde es reparieren und anschließend mit dem Fischen beginnen. Sieh beim Boot vorbei, wenn du kannst. Die Fische, die ich fange, lasse ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Variane fährt regelmäßig aufs Meer hinaus und fängt für dich Fische. Schau oft beim Fischerboot vorbei, um dir die Fänge zu holen. Verbessere das Boot, um die Effizienz zu steigern. Halt. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Teil da aufheben. Genau. So. Geben. Hast du das Ding gefunden, das aus dem Boot gefallen ist? Es ist wunderschön. Was ist es? Ich bin mir nicht sicher, ob es... Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist seltsam. Nun, ich werde sie vorerst sicher aufbewahren, bis wir wissen, was wir damit machen. Ich werde versuchen, einige Informationen darüber zu sammeln. Vergiss nicht, auf dem Boot nachzusehen. Die Fische, die ich fange, lasse ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Ich muss... Ab Wiedersehen. Okay. Ich werde noch ein paar Blumen sammeln für... Venelope. Dann werden wir sie natürlich auch nochmal leveln gehen. Mal gucken, ob ich denn noch eine Aufgabe mache heute. Da oben... Das ist noch nicht so weit wieder jetzt, ne? Nee. Aber wir brauchen unbedingt Geld. Sehr viel Geld. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Nein? Rein wohnen. Bei Maui. So. Wo ist sie denn? Da oben. Gut. Gehe da mal hin. Ich glaube, dann mache ich einen Rundgang noch. Sammle was ein, die Blumen und sowas. Und gucke mal, ob ich die blaue Kiste finde. Danke für deinen Besuch. Aha. So. Na los. Sieh zu, dass du verschwindest. Ich habe etwas für dich. Bitteschön. Weil hier ist Biom. Ich gehe immer alles gerne durchsammeln. Auch gerne Blumen. Ich habe nicht immer, wie gesagt, gerne was zu Hause im Inventar. Das war's. So. Nicht mal meine Hammer, weil unterwegs gibt es auch Steine. Wir sammeln alles ein, was geht. Ich habe jetzt mal... Ach, warte mal. Halt nicht da. Ich werde mal... Ja. Das eine erweitere ich jetzt noch. Dann habe ich schon mal mein Lager komplett erweitert. Das mache ich jetzt schon mal. Dafür gebe ich schon mal ein bisschen was aus. Die Kleinen kann ich auch noch nicht wegmachen, ne? So. Das brauche ich. Danke. So. Dann suchen wir noch die blaue Kiste. So. Für mich gehört das Farm immer irgendwie zu diesen Games dazu. Hier drüben. Wenn du so freundlich wärst. Geht's auch netter, Scar? Wäre nett. So. Das nehmen wir mal mit. Gucken wir dabei bei unserem Rundgang, ob wir die blaue Kiste finden. Ich muss ab und zu mal zum Lager. Könnt mir gerne schreiben, ob ich das im Video mitmachen soll. Das Rumlaufen und das Farmen. Oder dass es für euch zu langweilig ist und ich das im Off machen soll. Wie ihr es mögt. Wie gesagt, ich hätte immer gerne was im Lager und ich werde natürlich auch in meinem Lager noch aufbauen, wenn so das Haus erstmal komplett steht. Hallo, Wally. Die kleinen Tierchen müsste ich auch nochmal füttern, dass ich mal mehr Begleiter finde. Aber das hat nicht Priorität. Nein, nein. So. So. Hey du, ich habe eine Idee, die perfekt zu dir passt. Ich weiß, ob ich heute noch eine Aufgabe machen soll. Ob ich das noch schaffe. Muss mal gucken. Weil, wie gesagt, hier ist meine Wiese ein bisschen länger, dass wir auch ein bisschen was schaffen. Vor allem, wenn das Update nächste Woche kommt, müssen wir wieder viel freigeschaltet haben. Deswegen. So. Du da. Ich brauche dich. So, wir müssen kurz alles in dem Lager bringen, was wir jetzt hier gesammelt haben. Nein, ansehen wollte ich nicht. Oh, ich habe da eine Idee. Danke. So. Was kommt da mit rein? Ja. Mal gucken, wie die blaue Kiste unterwegs finden. Gerade das Mondstein nehmen wir immer gerne mit. Ich muss noch mal die ganzen Zutaten unterwegs sammeln. Das mache ich aber das nächste Mal. Oh, hier ein Röbel. Ja. Also wie, ähm, diese Kräuter, das alles. Oder im Offfall. Ich habe auch mal gerne, wie gesagt, Zutaten, alles mögliche im Lager. Ich will nicht erst, äh, wenn ich es dringend brauche, für irgendwelche Quests sammeln müssen. Ich glaube, ich glaube, ich habe es heute nicht mehr schaffen, in den Quests sammeln, weil ich sollte mich im Video mehr um Quests kümmern, wie um Rumlaufen. Ja, Merlin, das tun wir auch noch. Weil ich wollte auch noch was ernten. Ich weiß nicht, ob das in den eisigen Hühnen schon bis dahin gewachsen ist. Wir wollten alles zusammen ernten. Na, gucken. So. Platz haben wir noch? Ja. Haben wir noch ein bisschen. Das nächste Mal werde ich mir auch bei meinem Rundgang die Kräuter ernten. Brauchen wir auch immer. So. Darüber können wir eh noch nicht. So weit sind wir noch nicht. So. Die kleinen Pilze, die können wir schon weg machen. Naja, genau. Die können wir schon weg machen. Die kleinen gehen schon weg. Die kleinen, die können wir schon weg machen. So. Ja. So, dann werde ich, glaube ich, dass wir nicht nur eine Quest in dieser Folge schaffen. Bitte, bitte, hilf mir doch kurz. Darf ich durch? Danke, Wolli. Arme hier rüber. Das Boot verschwindet auch noch. Ich glaube, wenn wir Stitch auf die Zähne-Quest gemacht haben von Stitch, verschwindet auch das Boot. So, dann bringe ich die Sache erstmal wieder weg. So, dann werden wir das mal wegbringen. Da ist hier doch was drinne an Blümchen. So. Perfekt. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen alle meine Hilfe. So. So. Hier nochmal lang. Eigentlich hätte ich gerne noch eine Quest gemacht in dieser Folge. Wenn ich ehrlich bin. Aber wir müssen ja auch unbedingt erstmal Geld sammeln, was wir auch dringend brauchen. so. Eigentlich. So. 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 wie gesagt. ein bisschen Dings. habe ich gefunden. Dann sind die auch so versteckt. So. So. da hinten steht sie. Okay. Da steht sie. Gratis Mondsteine. Perfekt. Nehmen wir doch mit. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück. So. Sollen wir eine Aufgabe machen? Aufgabe. Ja komm. Zumindest anfangen. Würde ich sagen. Hey Kumpel! Komm her! So. So. Bringe fünf Gerichte. Fünf Sterne Gericht zu. Habe ich denn zu fünf Sterne Gerichte? Ja. Das hier. Gut und wird es reichen. So. Micky. Merlin. Dagobe. 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 Bufi. Okay. Merlin ist da vorne. Möchtest du mir was unternehmen? Oh. Oh. Hallo. So. Einmal. Was ist das alles? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein so extravagantes Gericht verlangt hätte. Obwohl ich ein wenig hungrig bin. Es ist ein Dankeschön Essen von Remi und mir. Wir wollten uns bei dir dafür bedanken, dass du dich während des Vergessens um das Dorf gekümmert hast. Auch dafür, dass du der beste Zauberer des Jahrhunderts bist. Sogar noch wunderbarer als Sanitäranlagen im Haus bist. Der einzige bist, der die Hälfte der Zeit weiß, was vor sich geht. Äh ja. Nun ist es hilfreich, einen Blick in die Zukunft geworfen zu haben und eine Menge Bücher zur Hand zu haben. Eigentlich. Nun. Ich fürchte, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich sagen soll. Das nehme ich an. Hm. Ich schätze, ich habe nie ein Dankeschön erwartet. Ich habe einfach getan, was richtig war. Ein Gänengeschehen sollte reichen. Ich nehme an, es würde sehr gerne geschehen. Taten der Freundlichkeit. Für dieses Gericht sind es, die dieses Teil zusammenhalten, Nadine. Ja. So. Und jetzt lauf. Da gebhrt der Hüte schon wieder sein Geld. Da gehen wir da mal rein. So. Ich muss mit dir sprechen. Ja. Machen wir auch noch. Ähm. Also, das ist das beste Essen, das ich je gesehen habe. Verschenkst du es so, verschenkst du so etwas einfach so? Betrachte es als kleines Dankeschön von Remi und mir. Dafür, dass du dich während des Vergessens um das Dorf gekümmert hast. Danke, Herr Duck, dass du die Wirtschaft des Dorfes auf euch gehalten hast. Nun, sie war schon fast zum Stillstand gekommen, bevor du hier ankamst. Aber ich weiß, die Geste zu schätzen. Ein kleines bisschen Dankbarkeit ist mehr wert als alles Gold im Yukon. Zumindest gefühlsmäßig. Hast du eine Minute? So. Miki und Goofy noch. Miki und Goofy. Miki ist da vorne. Hey, hier drüben! So. Mann, oh Mann, womit habe ich dieses köstliche, aussehende Essen verdient? Ich habe es mit ein wenig Hilfe von Remi auf die Schnelle zubereitet. Wir wollten uns bei allen bedanken, die sich während des Vergessens um das Dorf gekümmert haben. Das ist unsere Art, uns zu bedanken. Dafür, dass du dich um Remis Rezepte gekümmert hast. Himmel, ich habe das gern getan. Es tut mir nur leid, dass ich vergessen habe, wo ich so viele von ihnen vergraben habe. Danke, Nadine. Mit Remi und dir in der Nähe weiß ich einfach, dass dieses Dorf immer besser wird. Könntest du bitte kommen? Jetzt noch zu Goofy. Goofy ist da. Da. Da ist er doch. So. Wie geht's dir heute? Hui, das riecht so lecker, Nadine. Für wen ist das? Es ist ein kleines Geschenk von Remi und mir. Für dich. Danke, dass du dich um das Dorf gekümmert hast. Ah, jetzt bin ich sprachlos. Ja, dann, Goofy. Oh, sorry, Kumpel. Ich war einfach nur sprachlos, wie ich sagte. Danke, Nadine. Ich kann es kaum erwarten, meine Lieblingsgabe mit Löffel am anderen Ende zu nutzen. Und richtig rein zu hauen. Haha. Donnerwetter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Berichte, Remi. Wo ist Remi? Ist da oben. Okay. Gehen wir mal kurz zu Remi. So. Ich glaube, wir werden sie vorher doch ein bisschen eng mit ernten. Vielleicht mache ich das nochmal im Off, dass wir, ähm, oder Anfang der nächsten Folge. Mal gucken. So. Remi. Hey, du bist es. Hey, du bist es. Sie waren sehr glücklich. Das ist großartig. Es freut mich, das zu hören. Außerdem, während du dich um all das gekümmert hast, habe ich mir ein besonderes Essen ausgedacht, das ich für dich kochen könnte. Ah, danke, Remi. Immer doch, Nadine. Bitteschön. Ein Drei-Gänge-Menü als Dankeschön für alles, was du hier machst. Oh. Guten Appetit. Hm, lecker. Danke, Remi. Hier drüben. So. Haben wir drei Aufgaben dieser Folge abgeschlossen. Das ist doch mal was. So. Ja. Ich glaube, das ernten wir in der nächsten Folge, weil sonst wäre das Video zu lange. Oder vielleicht ein Off mal. Ich guck mal. Auf jeden Fall möchte ich dann diese Folge an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Und Tschüss.